Herzlich Willkommen bei der heurigen Veranstaltung der Agenda 2020 Wirtschaftsstaat. Ich habe wieder die Ehre hier teilnehmen zu dürfen, diesmal mit einem sehr honorigen Partner und Mietredner, Herrn Ingenieur Ledinger, der etwas später auch einen Vortrag für uns hier machen wird. Ja, ich beginne mit dem Vortrag Neue Möglichkeiten für Wirtschaft, öffentliche Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger, den Einsatz innovativen Serviceportals. Ich hatte hier vor drei Wochen einen ähnlichen Vortrag, um nicht zu sagen fast den gleichen, hier ging es um mehr darum, wie einfach ist es heutzutage an die Services heranzukommen, die Wirtschaftsstaatsorganisationen anbieten, vielleicht kommen wir da wirklich ran. Aber vorab will ich kurz noch einmal das Unternehmen präsentieren. Die meisten von uns kennen uns eh schon. Wie gesagt, wir wurden 2006 gegründet, sind jetzt noch schwerpunktmäßig im Behördenbereich tätig, für die Behörden tätig, aber entwickeln uns momentan sehr stark in Richtung Wirtschaft. Momentan am Stand sind 25 Mitarbeiter bei uns im Unternehmen und die, die Maus ist etwas aggressiver hingestellt, die klassische Portfolio von IT, Projektbegleitung über Analyse, E-Government-Beratung und so weiter und so fort. Also unser Portfolio erweitert sich jetzt von Jahr zu Jahr und der letzte Punkt unten, Security und Zertifikatsberatung, haben wir auch heuer sehr stark als Schwerpunkt mit aufgenommen. Aber die mögliche Unterstützung zur Anbindung der Services jeder hat. Die erste Folie quasi zu meinem Fachvortrag. Ich hatte auch beim letzten Vortrag, diese 80 Prozent der Unternehmen nutzen bereits E-Government-Service. Das ist die Tatsache, dass sehr, sehr viele Unternehmen die vorhandenen Möglichkeiten nutzen, aber nur immer die Frage, wie nutzen sie diese Services? Beim letzten Vortrag bin ich darauf eingegangen, dass hier die Möglichkeiten vorhanden sind. Der Staat bietet hier wirklich sehr, sehr viele Zugänge, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Nur, wir haben immer wieder das Problem, dass vor der Wirtschaft diese Möglichkeiten nicht zur Gänze genutzt werden. Es gibt zwar Anbindungen über Bürgerkarten, die eifrig genutzt werden, es gibt Anbindungen über Serviceschnittstelle, aber die Integration in die Unternehmen, in die Softwareapplikationen der Unternehmen, hier fehlt es momentan eigentlich doch sehr, sehr stark. Wir arbeiten derzeit an einem Projekt für ein Telekommunikationsunternehmen, wo es darum geht, Serviceprozesse vom Government in dieses Unternehmen einzubinden. Und dort merkt man sehr schnell, dass die Unternehmen ein bisschen Furcht davor haben, sich hier anzubinden. Hier werden Lösungen verwendet, wo ein Bildschirm, ein Webservice aufgerufen wird, aber dann über Copy- und Pestfunktionen quasi die Daten, die das Government anbietet, dann in die jeweiligen Applikationen hinein kopiert wird. Und das kann jetzt auch irgendwie nicht wirklich sein. Und hier, wie gesagt, Einsatz verschiedener Lösungen und Zukunftsvarianten ist einfach, wie gesagt, es wird eine Web-Applikation aufgerufen und da wird eine Liste ausgegeben. Zum Teil werden PDF-Dokumente ausgedruckt. Nur in Zeiten wie dieser ist es ein bisschen rückschicklich, muss man fast sagen. Darum auch die nächste Folie. Ich hoffe, die springt nicht zu weit rüber. Wie nutzen wir die aktuelle Nutzungssituation zwischen E-Government und Wirtschaft? Also wenn wir quasi, das Government ist hinter einer Tür, muss es auch sein aus Sicherheitsgründen, wie gesagt, es kommt dann auch nach einer Mauer. Aber wie nutzt im Moment die Wirtschaft diese Möglichkeiten? Indem sie teilweise aufgrund der anderen Möglichkeiten durch ein Schlüsselloch schaut. Ich hoffe, Sie sehen den Wirtschaftspartner. Zumindest das eine Auge und das Grinsen von ihm sieht man im Hintergrund. Er schaut wirklich das Schlüsselloch durch. Er nutzt einfach die Möglichkeiten noch viel, viel zu wenig. Und wir haben uns das zum Thema gemacht, um hier neue Möglichkeiten zu schaffen. Wir arbeiten derzeit an einer Art Portal, wenn man es so nennen kann. Der Begriff Portal ist schon etwas abgedroschen, weil unter Portal verstehen viele quasi den Einstieg einer Webseite, wo man sich anmelden kann, wie bei Amazon und Waren bestellen kann. Der Begriff Portal von Government Seite ist klassischerweise das Standardportal, das angeboten wird. Wir haben hier eine Zwischenlösung ein bisschen gebaut. Und zwar wollen wir die Unternehmen etwas näher an diese Services heranbringen. Und zwar die Services vom Staat sind halt sehr, sehr gut abgesichert. Und das ist gut so. Weil, wie gesagt, Frau Hackath Hackattacken ist man heute nicht mehr gefeiert, war erst letzte Woche wieder ein Angriff. Ich glaube, sogar im Innenministerium wurde etwas gefunden. Aber an die eigentlichen Daten, an die Registerdaten, kommt man eigentlich nicht ran. Und das kann man wirklich verdanken aufgrund der guten Portal-Technologie, die verwendet wird. Nur, wie kann man als Unternehmer jetzt durch diese Technologie durch? Sie können sich hier zwar ein kleines Loch schlagen, das funktioniert. Sie können gesichert durchschauen, Sie können sich auch eine Tür einschlagen. Auch das funktioniert. Die Anbindungen sind soweit okay. Nur es ist sehr, sehr aufwendig. Ich meine, jedes Mal das schwere Arbeitsgerät in die Hand zu nehmen und bei jeder Anbindung Zeit zu benötigen. Und es läuft schon sehr, sehr viel auf und hinein. Und dann fehlt dem Partner auch wirklich das Verständnis, warum sind die Sachen so aufgebaut. Weil es ist sehr, sehr viel rechtliches Rahmenwerk im Hintergrund, um quasi in diese Informationen und Daten heranzukommen. Deswegen haben wir uns Überlegungen gemacht und haben ein internes Soroban-Projekt gestartet. Und zwar nehme ich jetzt einmal lapidar B3-Projekt. Das ist ein Arbeitstitel, den wir Internet verwenden, um die Wirtschaftspartner schneller, besser und sicherer anzubinden. Und ganz, ganz wichtig und die Einhaltung aller vorgegebenen Standards. Wir bauen derzeit ein Produkt auf, was jetzt geplanterweise jetzt in der nächsten Maiwoche in einen Probebetrieb geht und geplant ist für Ende Mai der Produktionsbetrieb, eben mit diesem Telekommunikationspartner, wo wir eine vollständige Integration von Government Services in die Applikation des Partners machen. Und ganz, ganz wichtig, Punkt 2, unter Einhaltung aller vorgegebenen Standards und natürlich unter Einhaltung aller rechtlicher Komponenten. Wir haben einfach die Möglichkeiten in verschiedene Pakete zerlegt und können auf diese Art und Weise alle Formen und Möglichkeiten der Applikationen des Partners verwenden und einbinden, ohne dass der sehr, sehr großen Aufwand hat. Das heißt wirklich, er sagt uns nur seine Applikation, welche Services und egal, ob das jetzt ein Formular ist, ob das eine Applikation ist oder sonst was auch immer, wir können es da drinnen anbinden und können hier viel, viel, viel mehr Möglichkeiten bieten, als was es bis jetzt gab. Welche Services im Hintergrund jetzt stehen und was das Government für Services bietet im Moment, das wird unser nächster Gastredner hier, der Ingenieur Ledinger, präsentieren. Ich hoffe, ein bisschen das Interesse geweckt zu haben, was wir quasi jetzt momentan in der Soroban tun und machen und möglicherweise bieten sich auch Möglichkeiten, bei Ihren Unternehmen Anbindungen durchzuführen und so Wirtschaft und Staat besser aneinander anbinden zu können.